Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Heute ist dran wieder ein Zweierverbund. Ich werde die beiden Batterien zusammen verleiten. Wir hatten ja vorhin oder wir hatten schon mal die Red Tears und die Red Dahlia. Jetzt ist die Red Tears und Lemon Dahlia. Daten sind gleich geblieben. Alles von Nico. Die hat 200 Gramm, die hat hier knapp 240. 13 Schuss, 30 Millimeter und kosten tut eine Batterie 11 bis 12 Euro. Je nachdem wo ihr kauft. Kaufen könnt ihr so überall eigentlich. Ich denke mal jeder Händler wird sie haben. Unten in der Infobox ist noch Zündidee verlinkt. Da habe ich sie her. Und natürlich Röderfeuerwerk. Also ihr könnt da ruhig mal durchstöbern, mal schauen was ihr findet. Und ja, dann würde ich mal sagen, auf Kamera verleite ich die Kamera wieder. Äh, anders so. Auf Kamera verleite ich die Batterien wieder, nicht die Kamera. Und ja, dann sehen wir uns gleich draußen zur Zündung der Kombination Red Tears wird... Nee, Red Tears und Lemon Dahlia. Ich bin jetzt kaputt schon. Also Freunde, bis gleich draußen zur Zündung. So Freunde, wir haben jetzt hier, wie versprochen, den Zweier-Verbund von Nico. Das war eigentlich schon. Ich hoffe, die kippt mich um. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.